Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei So geht's Zeichnen. Mein Name ist Frank Ginter und heute im Teil 2 werden wir unsere Nase zu Ende zeichnen. Im ersten Teil haben wir bereits die Skizze fertiggestellt und heute geht es damit weiter. Gleich am Anfang verwende ich den 8B und wir hatten ja das Licht gesehen, dass wir das von oben links kommen lassen. Das heißt hier gerade auch im rechten Bereich mache ich schöne Schattierung, genauso wie natürlich in den Nasenlöchern. Dann schattiere ich mit dem 4B weiter. Achtet beim Schattieren auch immer darauf, wie ihr den Stift haltet, in welche Richtung. Ich halte den immer in die Richtung, wo ich auch so ein bisschen Strukturen mir überlege, wo Rundungen sind oder wo auch das Licht speziell einfällt, um schöne Kontraste zu schaffen. Jetzt wechsle ich zum 3B Bleistift und schattiere damit weiter. Und die etwas helleren Bereiche schattiere ich jetzt mit dem 2B. Und für die hellsten Bereiche, die ich nicht frei lasse, nämlich den F-Bleistift. Dann verwische ich die ersten Schattierungen schon mal mit dem Papierwischer. Und mit dem Wattestäbchen geht es beim Verwischen weiter, für feine, schöne Übergänge zu schaffen. Musik Mit dem 8B dunkle ich weiter ab und gehe da in die tiefsten, dunklesten Stellen rein. Jetzt kann man auch nochmal schön sehen, von wo wir das Licht kommen lassen. Musik Und weiter geht es mit dem 4B Bleistift. Wir schattieren weiter, aber nicht mehr ganz so dunkel wie mit dem 8B. Musik Mit dem Papierwischer und gleich auch noch mit dem Wattestäbchen verwischen wir wieder unsere Schattierungen, schaffen wieder weiche Übergänge. Musik In den helleren Bereichen schattieren wir mit dem 2B. Musik Und auch diese helleren Schattierungen verwischen wir mit dem Wattestäbchen. Und im Anschluss gehen wir nochmal mit dem 2B Bleistift nach, schattieren nochmal nach und auch das wird dann gleich nochmal mit einem Wattestäbchen verwischt. Musik Mit dem Papierwischer gehen wir jetzt nochmal in kleinere Bereiche hinein und in den großen Bereichen gleich nehmen wir ein Wattepad. Ja und am Anschluss gehen wir nochmal mit dem Wattestäbchen und schattieren weiter. Musik Und für ganz helle Schattierungen verwende ich wieder den F-Bleistift. Diese hellen Bereiche verwische ich mit dem Wattepad und im Anschluss gleich auch wieder mit dem Wattestäbchen. Dann nehme ich den kneterer Diagummi und schaffe nochmal Glanzlichter und weitere Aufhellungen. Musik Mit dem 2B Bleistift dunkel ich da noch ein wenig ab. Musik Und mit einem Radierstift schaffe ich weitere feinere Aufhellungen, die ich gleich im Anschluss natürlich auch wieder verwische. Musik Und mit dem 4B Bleistift, dem Wattestäbchen, dem Papierwischer und auch dem Radierstift, immer abwechselnd schaffe ich weitere Kontraste. Musik So, unsere Nasenzeichnung ist fertig. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuschauen, konntet einiges lernen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die Nase einfach mal nachzeichnet. Abonniert gerne meinen Kanal, macht auch die Glocke an und gerne auch einen Daumen hoch für dieses Video. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Zeichnen. Ciao! Musik 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 Musik